Also denne muss doch kalt sein. Also der Schwan oder der Ente möchte ich. Denne muss doch vollkommen kalt sein. Ich bin gerade vor den Brücken unterwegs in Swinemüchte und mache vielen Aufnahmen wieder. Also denne muss doch kalt sein. Ich sage so, ja klar, mache ich für dich in Swinemüchte das Griechen dafür, sagt er. Klar, dann kriegst du ein Bierchen. Dann kannst du ein Bierchen hin, sag ich, lass es her damit. Dass der so einfach ja gesagt hat, das hat mich schon gewundert mit dem Kastenbier. Jetzt weiß ich warum. Du musst doch kalt sein. Also mir ist kalt. Ich gehe jetzt an mein Hotelzimmer trinken. Servus. Brückner, du. Ich mache dich fertig, wenn ich dich erwische. Tschüss. Vielen Dank.